Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family und liebe Solana-Fans. Da draussen, wenn man in die Medien blickt, schreien schon viele oft davon, dass Solana eines Tages Iferium überholen könnte. Und dass das Jahr 2022 soll das Raketenjahr für Solana sein. Doch stimmt das auch wirklich? Ich möchte euch ein bisschen einen Vergleich aufzeigen zu Iferium und Solana. Dann habe ich für euch sämtliche Charts wieder analysiert und habe euch da auch neue Möglichkeiten für Einstiege platziert. Naja, ich würde sagen, wir legen los und ihr wisst Bescheid, zuerst mein Intro. Solana, könnte das Visa für Krypto werden, so Bank of America. Und das, liebe Freunde, hat tatsächlich was. Denn mit der schnellsten Technologie der Blockchain und gleichzeitig die tiefsten Gebühren gibt es da gewisse Ansätze, die natürlich erst in der Zukunft dann auch noch verwendet werden kann. Denkt daran, wenn es irgendwann die Möglichkeit geben könnte, mit einer Krypto-Kreditkarte, und ich rede von einer Krypto-Kreditkarte, die nicht über Fiat gesteuert ist, sondern wirklich über Krypto, und ich da irgendwann auch darüber bezahlen kann, dann über das Solana-Netzwerk, why not? Und wenn man natürlich jetzt denkt, jetzt kommen ja die Leute und sagen, ja, aber Solana, das ist das Raketenjahr. Man darf ja einzig vergessen, Solana, das Netzwerk wurde 2020 gestartet, und seitdem ist es das fünftgrösste Krypto-Asset. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das hat einen Marktkapitalisierung von über 47 Milliarden Dollar entwickelt, was unglaublich ist, ja. Also wirklich unglaublich. Und ich bin da sehr gespannt, wie weit das mittlerweile noch hingeht, denn in NFTs ist das natürlich aktuell eine sehr spannende Geschichte. Wenn man das jetzt ein bisschen abgleichen möchte, also wenn man sagt, Visa macht im Schnitt 1'700 Transaktionen pro Sekunde, das sind die TPS. Das Netzwerk könnte theoretisch natürlich viel mehr machen, da ist irgendwo die Grenze so zwischen 24'000 und 25'000 TPS. Aber Ethereum, ja, und jetzt kommen wir wieder mit Ethereum, weil Solana, man sagt, Solana wird irgendwann oder könnte Ethereum ablösen. Dazu gibt es dann auch ein Fazit von meiner Seite. Man kann aktuell nur zwölf TPS machen. Dazu kommen noch die Kosten, die relativ hoch sind. Und es sieht dann natürlich mit Ethereum 2.0 ein bisschen besser aus, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, da ist nichts in Stein gemeißelt, dass sie überhaupt jemals auf so eine Höhe kommen. Also 1'700 ist der aktuelle Stand, den Visa abwickelt weltweit. Wenn man jetzt das ein bisschen hochrechnet, wird das irgendwann im Kryptospace ja auch in diese Richtung gehen. Und da, glaube ich, ist die Firma schon noch ein bisschen weit weg dafür. Aber, und jetzt kommt es, Solana hätte die Möglichkeit in der Theorie, man sagt in der Theorie auf 65'000 TPS. Natürlich darf man jetzt einzig vergessen, Solana ist ja nicht nur dafür da, dass sie eben dieses Visa der Krypto sein könnte, er hat ja noch andere Funktionen. Aus diesem Grund brauchen wir die Blockchain auch noch für andere Sachen. Aber ihr seht, das Potenzial ist natürlich immens. Also da müsste auch die Weltbevölkerung insofern immer mehr in Visa oder mit Visa bezahlen. Und das ist ja aktuell auch nicht der Stand. Ethereum muss man jetzt aber auch wieder sagen, wenn man jetzt wieder dazu kommt, Ethereum priorisiert Dezentralisierung und Sicherheit. Und das muss man unterstreichen. Sicherheit, da hat man zurzeit natürlich, ja, man muss sagen, die Kosten gehen anhand der Skalierbarkeit. Was bei Solana ein bisschen fehlt. Solana sucht einen Kompromiss, ein bisschen mit dem Mainstream zu machen, zu sagen, okay, wir sind schnell und günstig, dafür halt nicht ganz so sicher. Das ist immer die Frage, was will denn der Mainstream? Oder ja, am Ende entscheidet ja immer der Konsument, nicht irgendwie jetzt der, der jetzt eben gerade entwickelt. Dann wird das Produkt angenommen, ja oder nein, dann sieht man ja, ob es danach funktioniert. Aber jetzt alleine nur durch diese Funktion ist natürlich Solana, Ethereum noch lange nicht überlegen, denn ebensoll Ethereum auf starke Dezentralisierung pocht und weiterhin natürlich an ihrer Skalierbarkeit arbeitet. Und da muss man irgendwie sagen, da darf man natürlich nicht Apfel und Birne vergleichen. Solana hat für mich eine komplett andere Zielgruppe als Ethereum. Ethereum hat und besteht mit seiner Community so ziemlich jede Herausforderung. Aktuell bauen sie sich weiter aus, formen sie sich neu. Vitalik hat auch schon gesagt, er will eine komplett andere Gasgebührenberechnung machen für eben auch Priorisierungen der gewissen oder Wichtigkeiten der Projekte. Das finde ich auch nicht so schlecht. Also da gibt es noch sehr viel Potenzial. Was ich aber ziemlich sicher bin, ist, dass dieses Jahr ein interessantes Jahr wird für Ethereum, für Solana, aber auch für Cardano mit dem Cardano-Ökosystem. Da bin ich überzeugt, dass sie drei natürlich extrem überfliegen werden. Aber es gibt auch noch Cadena zum Beispiel. Ähnliches Prinzip. Auch da gibt es Möglichkeiten, was aktuell dasteht. Da bin ich sehr gespannt. Aber der absolute Überflieg für mich dieses Jahr wird auf jeden Fall Ethereum sein. Wenn man das jetzt ein bisschen koppelt oder mal ein bisschen den Solana-Chart anschaut, sieht man, dass wir vor gut einem Jahr oder Beginn das erste Reise nach oben, ja, wir waren kurze Zeit bei knapp 256 US-Dollar Preis. Aktuell sind wir bei 150 rum, ja. Ist das ein guter Preis zum Einsteigen? Auf jeden Fall. Da bin ich völlig davon überzeugt, dass das aktuell ein sehr günstiger Preis ist, in Solana zu investieren. Ob der noch tiefer fällt, wäre möglich, sofern wir in einen Minibärenmarkt fallen würden. Ist das auf jeden Fall möglich, dass wir noch mal günstig einkaufen können. Aber ansonsten ist es natürlich klar, hey, Leute, wir sind am Anfang. Wo stehen wir denn in zehn Jahren? Überlegt mal. Wo sind die Preise in zehn Jahren? Die werden auf jeden Fall nicht tiefer sein. Das auf jeden Fall. Aber das Supply sollte man auf jeden Fall ein bisschen anschauen, die zirkulierte Menge. Aktuell sind wir bei 311 Millionen Solanas. Das ist schon auch interessant. Der Maximale ist schon fast eine halbe Milliarde gross oder etwas über eine halbe Milliarde. Da ist die Ferien natürlich etwas kleiner. Auch mit dem Burning, was sie machen, bleiben das oder versuchen die natürlich auch, ihren Preis zu stabilisieren. Das ist ja auch richtig so. Da ist es so, dass die absolute Menge ja natürlich draussen ist. Das ist auch ein Vorteil in der Kalkulation. Und der Maximal ist nur bei 120 gefüllten Millionen Tokens. Also das ist schon ein Unterschied zwischen Ethereum und Solana. Also auch von der Preisentwicklung her. Da glaube ich schon eher, dass da Ethereum langfristig den besseren Zug machen wird. Aber wie gesagt, völlig zwei verschiedene Arten von Use Case, welche man dann natürlich nutzen will, bleibt jedem selbst überlassen. So, jetzt würde ich sagen, ich gehe in die Charts-Analyse hinein. Ich habe da einige Einstiege für euch vorbereitet. Ich bin gespannt, wie sich diese dann entwickeln werden. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, Freunde. So, bei WeChain trainen wir aktuell bei 0,082 US-Dollar. Wir haben das Target hier oben erreicht. Das ergibt sich aktuell auch als einen kleinen Widerstand für uns. Also wir sehen das relativ gut. Wir sehen auch die bullische Ambition der EMA. Sehr interessant. Was jetzt aber mich dennoch dazu bewegt, euch hier Einstiege zu geben, das sind diese drei Einstiege. Denkt daran, es sind alle Einstiege immer noch riskant. Bitcoin sieht alles noch mit. Da hängt jetzt noch vieles dran, wie sich das gerade entwickelt. Aber wir bilden aktuell querfeldein so gewisse Rising Wedge, die eine leichte Luftholm oder leichte Korrekturfase mit sich gibt. Ich habe euch diese anhand der Fibonacci-Levels rausgesucht und gleichzeitig zeige ich auch hier die MICD. Gibt mir ein bisschen Anzeichen, dass wir vielleicht noch mal vorab etwas Luft schnappen werden, bevor wir die Reise weiter nach oben gehen. Aus diesem Grund empfehle ich hier etwas riskantere Einstiege, aber diese Einstiege könntet ihr nutzen. Wie gesagt, Orange eher immer für Fortgeschrittene oder halt Trader, die wissen, was sie tun. Immer auf eigenes Risiko. Baut euer Risk Management dementsprechend auf. Damit ihr da auch relativ gut unterwegs seid. Nicht so hohe Hebel, denkt daran. XRP-Trainway gerade bei 0,79 US-Dollar. Auch hier habe ich für euch zwei Einstiege bereit gemacht, weil auch hier aktuell die EMA sehr, sehr bullish ist. Aber wir sehen auch hier unten ganz klar bei der MICD, jetzt gibt es mir ein bisschen Zeichen, dass die bullische Kraft etwas abnimmt. Kreuzung steht hier kurz davor. Das bedeutet nicht, dass sie langfristig auch kreuzen muss, aber die kurzfristige wird es dementsprechend machen. Dann ist ein Zeichen da, dass wir hier nochmal ein bisschen Luft holen werden und dann können wir dementsprechend schön die Trades abholen für nach oben. Cardano aktuell bei 1,28 US-Dollar. Sie sind kurzfristig hoch auf 1,35 US-Dollar. Das war auch ein schöner Tipp. Jetzt hier aktuell ist es so, dass auch für mich das Rising zu steil ist. Diese Form gefällt mir überhaupt nicht bei gewissen Rising. Wir haben aber auch unser Target hier oben erreicht. Die nehmen wir jetzt auch mal weg hier. Das bildet sich aktuell hier auch eine Support-Zone. Diese R2, die da war, gilt gerade aktuell als R2. Ich sehe aber auch hier Ähnliches wie bei den anderen, dass wir eben aktuell eher eine leichte Korrekturphase nochmal sehen werden. Das heisst hier eher nochmal so ein bisschen nach unten, bevor es dann wieder nach oben geht. Also auch hier kann ich sagen, Einstieg bei 1,25 und 1,22. Ein bisschen gekoppelt, vielleicht mit einem doppelten Rebuy. Denn die EMA ist immer noch sehr, sehr bullish. Immer noch sehr, sehr bullish und sehr interessant, um nach oben zu kommen. Solana, wir traden bei 150 US-Dollar. Haben unser aktuelles Ziel-Target eigentlich noch nicht erreicht. Ihr noch ein bisschen verfehlt von unserem Best Case. Sind da noch ein bisschen entfernt. Muss aber jetzt nicht zwingend erreicht sein. Wir haben den Ausbruch gehabt, kam nach oben, sieht auch gut aus. Hier habe ich euch ebenfalls diese drei Einstiege etwas gekoppelt. Hier habe ich es nicht anhand eines Rising gemacht, sondern rein nur mit den Fibonacci-Levels. Das sind die 145, 142 und 139 US-Dollar. Wieso ich das sehe? Ähnlich genau wie bei den anderen. Die MICD, weil ihr seht, die bullische Kraft nimmt etwas ab. Ihr seht das auch hier im Volumenprofil. Das Volumenprofil nimmt hier stetig ab. Das ist auch immer wieder ein kleines Zeichen für eine leichte Korrektur. Da ist auf jeden Fall die Indikatoren sehr viel wichtiger als eine EMA. Weil die EMA-Ribbon ist primär ja nur der Durchschnitt der Kerzen. Das ist für uns nur so ein bullischer Sinn für das Flippening, wenn das passiert. Aber die unteren Indikatoren sind hier schon entscheidend wichtiger. Bei Ethereum ebenfalls habe ich euch nur einen Einstieg mitgenommen. Das ist bei 3.219 US-Dollar. Aktuell trainen wir bei 333.000 US-Dollar. Und 30 Cent ist interessant. Für 330 wäre noch cool gewesen. Naja, auch hier haben wir unser Target erreicht. Wir haben es durchbrochen. Sieht auch ebenfalls gut aus. Hängen auch ein bisschen auf diesem Niveau gerade fest, wo wir eben unsere Zieltargets gehabt haben. Ihr seht, dass das im Nachhinein immer spannend ist. Aber auch hier. Wir sehen, die EMA-CD kurz vor einer Kreuzung mit der Signallinie bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen runtergehen. Ich habe bewusst noch das Bad Case 2-Szenario drin gelassen. Ja, für eine Möglichkeit, vielleicht dann später irgendwann nochmal für einen Double Button. Auch sehr möglich. Also es ist gut möglich, dass wir hier auch ein, also ich will hier nichts Negatives sagen, aber man muss halt immer alle Varianten sehen. Dafür brauche ich hier ein kurzes anderes Werkzeug. Wäre natürlich möglich, dass man hier sowas hier nochmal sieht. Ja, einen Double Button hier bildet und dann nach oben kommt. Es ist auf jeden Fall auch ein mögliches Szenario und das darf man halt nie aus der Acht halten. Deshalb immer schön mit kleinen Hebeln rein. Dann hat man dann hier unten nochmal die Möglichkeit, dann bei Bad Case 2-Szenario zum Beispiel dann noch einmal aufzudoppeln. Das betrifft natürlich sämtliche E-Coins rückwärts, was wir jetzt gerade besprochen haben, damit ich das auch ein bisschen im Griff habe. So, das war es von meiner Seite. Ich sage ganz liebe Grüße aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Ich sage ganz Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss wil, случ לה Tschüss. Tschüss. Tschüss από die Tür. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.